Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist der 27. April 2017. Wir schreiben die Geek Talk Daily 106 106 Folgen und ich habe die folgenden Themen für euch mit dabei. Supercharger, 700, 400, 200, Shield TV, Cortana, Chromebook, Luftschiff, Tweetbot, Sticker, Baummangel, Today at Apple und 2 Millionen. Beginnen wir mit den Supercharger. Das sind ja die kleinen elektronischen Tankstellen, an denen ihr eure Teslas auftanken könnt. Und ja, so ein elektronisches Auto braucht ein bisschen Strom, um vom einen zum anderen zu kommen und es dürfte noch die eine oder andere Tankstelle mehr geben. Bis 2017, genauer gesagt bis Ende 2017, will man bei Tesla 10.000 aufgebaut haben. Im Jahre 2012 haben wir begonnen. Aktuell ist man circa bei der 5000. Supercharging-Station. Somit gibt es noch einiges zu tun, neben dem, dass sie ja noch ein paar Autos bauen möchten bis im September. Somit go Tesla go. Das nächste Thema ist etwas, was immer wieder neue Zahlen bringt und das ist Facebook. Genauer gesagt ein Unterding, nämlich Instagram. Der Bilderdienst, den sie sich dazu gekauft haben, der hat jetzt neue Zahlen zu verlauten. Ich habe sie einleitend gesagt. 700, 400, 200. Das sind die Zahlen. Neu hat es 700 Millionen aktive Nutzer, dieses Social Media Plattform Dingens. Davon sind 400 Millionen täglich aktiv. Ich bin da mit vier Accounts, fünf Accounts täglich aktiv. Also denke, da geht es dem einen oder anderen auch noch so. Und das Interessanteste daran ist natürlich, dass sie da ganz fleißig Snapchat klonen. Die Geschichte mit Instagram Stories, die soll jetzt täglich 200 Millionen Nutzer haben, die da ihre Bilder für 24 Stunden hochladen und Filmchen und so weiter. Ich habe mir die letzten Tage mal die Mühe gemacht und, also ja Mühe doch, ja Mühe kann man sagen, und mich durch all diese Instagram Stories durchgeklickt und da waren schon einige mit dabei. Also ich kann mir vorstellen, dass das da wirklich brummt in dem Laden. Naja, nutzt ihr Instagram Stories? Gerne mal in die Kommentare oder über Social Media Feedback. Wir würden uns freuen. Gestern hatte ich ja, dass die Apple TV endlich quasi mit Google Fotos umgehen kann. Heute habe ich Neuigkeiten für all diejenigen, die Nvidia Shield TV im Einsatz haben. Jan, Jan zum Beispiel, hat ja so einen, aber sicherlich auch der ein oder andere Hörer bei uns. Und die hat jetzt verlauten lassen, dass sie mit dem letzten, sprich eben mit Google Fotos, aufgeschlossen haben. Somit sind alle Dienste, die sie unterstützen, 4K supported. Also sprich YouTube, Netflix, Amazon Video etc. All diese können 4K auf dem TV präsentieren. Da gibt es doch den ein oder anderen Streaming Device, dass das auch können sollte oder langsam aufschliessen könnte. Muss mir auch mal so eine Shield TV ein bisschen genauer anschauen. Aber ja, die liebe Zeit. Gehen wir weiter mit dem nächsten Thema und da stossen wir auf Cortana. Ich habe ja schon immer wieder mal gesagt, den Harman Cardon, Lautsprecher, die bauen ja an einem Cortana-Lautsprecher, so wie in der Alexa, einfach mit Cortana. Und da wurde jetzt, oder sind nächste Gerüchte aufgetaucht. Was heisst Gerüchte aufgetaucht? Da sind Dinge daraus geflossen, wo man sehen konnte, dass die diverse Streaming-Dienste, wie Spotify und TuneIn etc. unterstützen. Also sicherlich nicht schlecht und für all diejenigen, die das nutzen, eine sehr praktische Geschichte. Dann kommen wir zu den Chromebooks. Wir haben ja in der Geek Talk News Folge, dem Mutter-Podcast, schon das ein oder andere Mal davon gesprochen, dass jetzt dann irgendwann diese Unterstützung von Android-Apps auf den Chromebooks kommen wird, soll. Jetzt weiss man zumindest, welche Geräte das sind. Von Samsung ist da eins ein Pixel, ein Flip von Asus. Dann ist was von A-Open mit dabei und eins von Acer, also ein relativ magerer Umfang. Und zwei Geräte befinden sich aktuell noch von Acer, eines und von Asus im Beta-Channel. Könnte sein, dass die noch mit reinrutschen. Wer also so ein Gerät hat, darf sich glücklich schätzen und bald schon auch Android-Apps aufrufen. Ich nehme an, das werden sie dann an der Google I.O., die Mitte nächsten Monat stattfindet, ein bisschen breiter treten. Na dann, gehen wir doch ein bisschen in die Luft. Googles Beide, also Mitbegründer, sind ja ziemlich begeistert, was das Thema Luft anbelangt, also das Fliegen besser gesagt. Larry Page ist ja da an zwei Startups mit verbandelt. Das eine ist das mit dem fliegenden Auto und das andere habe ich nicht mehr direkt im Kopf. Jetzt wurde bekannt, dass auch Sergey Brin an etwas Ähnlichem arbeiten soll. Anscheinend irgendwie so ein fliegendes Luftschiff, Zeppelin, irgendetwas. Was genau konnten sie nicht rausfinden bei Bloomberg? Sergey hat auch nicht als wirklich viel dazu gesagt. Vielleicht auch da werden wir nächstens was mitbekommen. Oder ja, es kann natürlich auch nur einfach ein teures Hobby sein. Wenn man ja ein bisschen Geld auf der Seite hat, kann man sich ja das eine oder andere Hobby auch leisten, auch wenn es in dem Umfang ist. Das spielt dann auch keine Rolle mehr. TweetBot. Achim und Jan nutzen es. Ich weiss, viele unserer Hörer nutzen den Client auch. Auf dem Mac gibt es ja den auch, also auf dem Mac OS. Und da gab es jetzt endlich wieder mal ein Update. Ich nutze ja eigentlich immer die Twitter-Nativ-App oder ganz selten mal im Browser. TweetBot habe ich nur noch auf dem iOS-Device und nutze es auch sehr selten. Deshalb gar nie wirklich mitbekommen, dass ihr ja die ganzen Features nicht nutzen konntet, wie Bilder via DM verschicken und so weiter und so fort. Die Auflösung der 140 Zeichen, bla bla bla. Das wurde jetzt alles nachgereicht auf dem Mac. Sicherlich nicht schlecht. Wer also TweetBot nutzt, schmeisst eure Updates an. Dann kommen wir zu Sticker. Sticker kann man nie genügend haben. Egal wo. Und iMessage ist ja da sehr früh auch eingestiegen. Das heisst, sehr früh ist im letzten Jahr auch eingestiegen in dieses Sticker-Geschäft. Und diese Dinge lassen sich auch selber basteln. Wenn ihr einen Entwickler-Account von Apple habt, das ist das Teil, was irgendwie 99 oder in dem Bereich herum kostet euch pro Jahr oder jemanden kennt, der das hat und ein bisschen Photoshop könnt, dann könnt ihr euch selber Sticker basteln und die dann selber in den Store bringen. Man könnte ja die Geek-Talk-Logos da mit reinschmeißen. Keine Ahnung, ob das jemand nutzen würde, aber man könnte es versuchen. Mal schauen. Mein Account habe ich nicht mehr, aber mal schauen. Genau. Wer das möchte, bei uns auf daily.gigock.ca findet ihr eine Anleitung, wie auch ihr eure Sticker basteln könnt. Dann geht es weiter. Es gibt mal kein neues Video zum Apple Headquarter, was ja eigentlich ab diesem Monat hätte bezogen werden sollen. Oder war es Mai? Ich weiss nicht mehr genau, aber jetzt in dem Dreh rum. Zu Beginn hieß es mal, 7000 Bäume sollen da gepflanzt werden auf dem neuen Gelände. 1000 aus dem Altbestand, also Bäume, die sie ausgerupft haben und dann wieder einpflanzen. Mittlerweile sind es 2000 mehr geworden. 9000 und das führt zu einem Baummangel in Kalifornien. Heißt, andere Großprojekte, die eigentlich auch mit Bäumen ihre Umgebung auspflastern möchten oder eben nicht pflastern, die haben aktuell ein Problem, neue Bäume zu bekommen. Deshalb ist es wie bei Apple immer so, wenn sie irgendwie Chips sich aufkaufen, dann gleich so, dass dann die anderen nichts mehr haben. Bäume kann man nie genügend pflanzen, somit sicherlich kein schlechtes Ding. Aber ja, gehen wir weiter zum nächsten Thema. Final Cut Pro X. Die Videobearbeitungssoftware, die professionelle von Apple. Dazu gab es jetzt Zahlen. Im Rahmen des National Association of Broadcast Conference in Amerika gab es jetzt neue Zahlen. Apple hat den zweimillionsten Kunden. Die App kostet euch 300 Währungseinheiten, wenn ich richtig liege und damit könnt ihr professionell Videos schneiden. Ich wollte mir ja das auch mal antun oder sprich ein bisschen von iMovie wegkommen. Mittlerweile aber bin ich eher bei Adobe's Lösung, weil ich das auch auf meinen Windows Devices machen könnte und auf beiden gleich. Aber wie, ja, da fehlt mir halt der Einstieg oder die Person, die mir da mal ein bisschen unter die Arme greift, ein bisschen zeigt, wie das eigentlich irgendwie funktionieren hätte zu tun müssen. Deutsch, Entschuldigung. Viel zu früh am Morgen. Dann kommen wir zum letzten Teil. Today at Apple. Das ist ein neues Programm, was Apple in den Stores umsetzen möchte. Es soll eine Zusammenkunft werden. Man soll Workshops bekommen, kostenlosen Workshops zu Foto, Video, Musik und Programmieren. Vielleicht lerne ich dann doch wieder Final Cut Pro X. Könnte man ja tun. Aktuell erst eingeführt in Dubai. Morgen startet, oder besser gesagt, heute startet der Store in der Dubai Mall. Wenn ihr sowas in der Nähe habt, geht das mal besuchen und lasst uns wissen, wie das ist. Mich würde es Wunder nehmen. Wenn es nach Zürich oder Basel kommt, werde ich mir das sicherlich anschauen. In diesem Sinn, das waren wieder die News, die ich für euch hatte. Ich wünsche euch einen wunderschönen Start in den Tag. Freue mich auf eure Rückmeldungen und wer weiss, vielleicht morgen wieder beim Geek Talk Daily. Euer Martin. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.